Moinsens! Über Kiel nach Neumünster. Erstmal noch ein bisschen Klamotten shoppen. Ja zeigtechnisch, wir sind ein bisschen im Verzug, hatten noch Besuch dort und deswegen lassen wir heute mal den Kameraladen weg, was für mein Portemonnaie aber auch ein bisschen besser ist und somit geht's dann im Anschluss, ich krieg weiter an Neumünster. Ich mag das so klein und kompakt. Ich finde das klasse. Ja jetzt musst du ja erstmal ne? Ja vor allem, was mir als allererstes aufgefallen ist, dass das so klein ist. Ich kann diesen tollen Trick zwar noch nicht. Voila, jetzt drehen wir ja wirklich runter auf 10. Richtig geil oder was? Ist doch der Wahnsinn. Das ist cool. Guck mal, jetzt ist auch alles drauf. Jetzt können wir in Ruhe arbeiten. Ist aber echt nicht schlimm mit dem Wackel, ne? Überhaupt nicht. Vor allem ich kann sie hier ganz entspannt halten. Das ist kaum wackelt. So, jetzt kommen wir noch shoppen. Wenn man nachher das im Dunkeln testen kann. Hier, ne? Ja. So. Wollen wir mal gucken. Direkt mittig. Wollen wir die mal machen? Direkt mittig einer frei, würde ich mal sagen. Ja, cool. Das ist doch wunderbar. Ohne Witz, also... Was denn? Ich meine, es ist jetzt auch nicht besonders dunkel hier, ne? Aber... Kannst du sehen, wieviel auf ISO ist? 2500. Und bist auf 28, ne? Ja. So, wir haben die Shopping-Tour erfolgreich abgeschlossen und ich war erfolgreicher als du. Jetzt plagt der Hunger. Wie heißt der Laden nochmal? Der blaue Bulle. Jetzt fahren wir nach Neumünster und treffen da Tino und Frauke. Da kommen wir noch von den legendären Spare Ribs. Vor allen Dingen Videos. Ja, die verrückten. Tatsächlich auch vorhin genauso. Eigentlich sind wir unterwegs nach Kettenkeken ins... American Diner? Nein. In Certain Diner. So geht es jetzt ab nach Neumünster und dann gehen wir heute Abend mal an den blauen Bullen. Da soll es legendäre Burger geben und das schauen wir uns jetzt mal an. 1, 2 Nee, 2? Nein, das war höher, noch mal hervieren. 4? Ja, bestimmt. Ja, ich hatte irgendwie umgekommen, dass das nicht hier war, aber ist auch nicht schön, ist alles cool. Oh, das ist ja wieder spaßig heute. Guck mal, wer seinen Roller liebt, der Film. Das musst du mir mit 16 auch immer anhören. Oh, das geht schon wieder los. Guck dir das an, schön, dass es geht. Ach so, das ist egal. Das bringt sowieso nichts mehr. War's? Ja, im grünen. Du sollst nachher switch da denn? Ja. Du sollst nachher... Hab ich schon von gehört. Hab ich ja selber angeleiert. Ja. War da ein Schlagloch? Da war ein Schlagloch. Ja, wir haben das eben mitgenommen, das eine von dahinten. Ja. 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 Du hast die Sitzheizung an, ne? Ja, hast du? Hast du Sitzheizung? Aber nur auf der einen Seite und auf die andere. Bei ihm geht dich. Was? Ja. Wo hast du denn deine? Genau so da. Aber nur auf drei. Außerdem will ich echt neidisch auf deine Sitze, Alter. Ich glaube, das hast du schon mal erwähnt. Ja, ich finde auch, dass ich das erwähnt habe. Und damit schon guten Morgen, Leute. Ich habe mich heute Morgen das erste Mal seit langer Zeit wieder wie mit 20 gefühlt. Keine Kopfschmerzen. Es tut nichts weh beim Aufstehen. Ich konnte mich frei bewegen. Ist richtig geil. Wir müssen das noch mal ganz kurz ein bisschen mit gestern so Revue passieren lassen. Denn das war einfach nur extrem legendäre Burger. Das war der absolute Hammer. Also jetzt auch ohne Scheiß. Karamellisierte Zwiebeln. Cheddar Cheese. Du kannst dir aussuchen, was für Buns, also was für Brötchen du haben möchtest. Brioche, Vollkorn oder Klassisch. Ich habe mich für Brioche entschieden. Patties. Alles ist vor allem Haus gemacht. Richtig, richtig genial. Wenn ihr irgendwie mal in Neumünster unterwegs seid und wisst, dass ihr dahin fahrt. Am besten mit Vorreservierungen. Selten so geile Burger gehabt. Ich würde sie sogar auf eine Stufe mit den Big Bus Burgern von JP gestellen. Es ist bislang ein legendäres Wochenende. Das ist nur super gelaufen. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ja, heute war irgendwie mal ein reiner Schnitttag. Deswegen habe ich auch nichts weiter gemacht, außer hier eine ordentliche Runde am Computer zu arbeiten. Ich habe jetzt gerade im Video festgestellt, dass ich das Ende gar nicht gesprochen habe. Es war natürlich ein super abgerundetes Wochenende. Nicht nur um die Burger, sondern auch ums Objektiv. Der nächste Vlog ist bereits in Arbeit. Und insofern, wenn es euch gefallen haben sollte, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Machs gut. Bye, bye! Ciao, ciao ciao!